Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freshen Folge von The Binding of Isaac und ich würde mal sagen wir fangen auch direkt an. Ich frage mich wie lange es noch dauern wird bis wir das Spiel endlich mal bis zum einen durchgespielt haben. Blödes Feuer eh. Schlecht Feuer, schlecht. Machen wir die Scheiße auf ihn kaputt. Andere Scheiße auf ihn kaputt. Und gehen wir weiter. Ich will das Spiel nicht durch haben. Suchen wir den Goldraum. Denn irgendwie das ist ja immer das gleiche bei dem Spiel. Wenn wir wenigstens ein bisschen Abwechslung wäre. Na auch wieder Spinnen. Die gehen mir auch auf den Sack ey. Diese beschissenen Viecher. Oh das war knapp. Das war echt knapp. Ein Schlüssel. Und wieder die Spinnen. Ah leck mich doch am Arsch ey. So. Gehen wir in den Goldraum. Was ist da drinne? Mobs. Cues. Okay. Cues. 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 Nein. Gehen wir weiter. Jetzt gehen wir zum Endgegner. Bitte das nächste Duke of Life. Das Ding regt mich einfach nur noch auf ey. Wieso habe ich jetzt sechs Bomben? Achso wegen Dings. Ja Pin. Das ist mein Lieblingsentgegner. Weil der null Herausforderung. Da hat man wirklich null Herausforderung. Ich bin Pin. Aber ich kann gar nichts. Das ist einfach schon zu einfach dieses Vieh zu besiegen. Jetzt mal ehrlich. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Ja. Oh hör auf etwas zu schießen. Du triffst mich sowieso nicht. Du Lusche. Deine Mutter ist bestimmt nicht stolz auf dich. Schlecht. Ach ja Colf wollte heute. Äh. Morgen wollte er ja ein Video rausbringen. Ich produziere hier gerade vor dem Morgen bin ich nicht da. Also den ganzen Tag bin ich dann in Räder bei meinen Verwandten. Deswegen muss ein Kumpel von mir die Videos hochladen. Selul. Lunch. Und ein extra Leben. Und jetzt gehen wir in The Basement 2. Bitte haben wir das Spiel bald fertig ey. Aber ich glaube das kann noch dauern. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Feuer ausmachen. Und jetzt in der Box nachschauen was da drinne ist. Oh zwei Schlüssel. Dankeschön. Jetzt machen wir den Goldraum auf. Was da drinne. Ghost Baby. Das Ding fliegen wir jetzt hinterher. Okay. Das Ding machen wir nicht auf. Wenn wir nur ein Geld haben. Ein Geld. Hö, hö, hö. Oh rotes Feuer. Böse. Böse. Ach. Äh. 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 Das Baby schießt ja auch. Ist ja lol. Jetzt ist es denn links. Ach spinnen. Oh. Jetzt habe ich aber eine Angst. Ja ich habe wirklich Angst. Nein. Ähm. Töten wir das Viech jetzt. Blablabla. Ah nee. Und ich. Ich laufe da auch noch rein. Ich spaßt. Oh Junge. Komm. Will das Ding mich verarschen? Die Bomben sehen echt lol aus. Ace of Spades. Okay. Okay. Drück mir mal Q. Q. Ist ja lol. Wie lange bleibt das? So kurz nur? Oh Gott. Das hat sich ja gelohnt. In den Kampfraum werde ich ganz bestimmt nicht gehen. Ich kann mich noch erinnern als ich in so... Wie heißt es nach Basement? Casement? Ja so in Casement. Da bin ich immer reingegangen und das war echt scheiße. Garzy Junior? Was ist das denn? Ich dachte ja noch gar nicht. Oh Gott. Oh. Wow. Das Ding hat wohl Hunger. Scheiße. Alter. Komm. Alter. Wirklich? Explodieren. Explodieren. Scheiße. Boah. Wenn ich das Leben... Oh Gott. Oh, yes. Hopp. Komm. Hopp. 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 Junge! Oh. Geht zu Mechis ey. Und nervt nicht. Oh. So wenig Leben hab ich nur dafür bekommen ey. Mom's underwear. okay das heißt das ist ein klopapier mehr und muss ja ja alltagsprobleme was tnt kaputt machen kann man tnt von hier kaputt machen ja kann man wirklich ja eine rote box kämpfen anscheinend mit schätzungsweise gehen wir mal nach unten nein die dinger die muss man an die muss man sofort erledigen okay also war er kann ja jahrelang dran sitzen okay jetzt müssen wir uns nur noch um ein fisch kümmern und gold eine feder cracks the sky ja wo wir müssen müssen wir eine bombe hinlegen okay jetzt haben wir eine goldene truhe und was ist drin einiges auf kuh ist ja richtig mal gucken wie lange das anhält hey komm gehen wir jetzt hier rein isaac versus fistula fistula okay was kann das hier so im moment sieht das ding ja noch um ich kann es mir schon vorstellen was darauf kommt oh gott oh gott oh gott nein fistula ist nicht nett überhaupt nicht nett überhaupt nicht nett überall diese verhungerten kinder ich glaube ich muss das jugendamt vorbeischicken was ja ich muss das jugendamt echt vorbeischicken jetzt wieder herzen holen okay was ist das squeezy ach das hatte ich schon mal hoffentlich kommen wir heute mal in so ich weiß nicht was es hier vorm entgegen ist case wird wahrscheinlich nicht mehr heißen wie kann man das ja nicht aktivieren was hier oben ist keine ahnung das ist mir ein bisschen zu einfach dass hier nur einer ist oder das spiel merkt man mir merkt man wieder dass ich so schlecht bin das kann natürlich auch sein gehen wir mal nach unten oh gott ach scheiße ey hier verliere ich wieder so viel leben müssen die viecher sich bewegen ah stirb stirb wie zu hölle soll man in die mitte kommen ah das item was ich vorhin hatte da könnte man so rüberfliegen bestimmt ok gehen wir mal weiter oh ne so mini duke of lies ey ah nein 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 das sind bestimmt auch so vernachlässigte äh vernachlässigte Kinder dass Isaac in seinen Kinder äh unter seinem Zimmer hat er hier ist ja unglaublich ja da kommen wir nicht hin okay was ist das schon wieder ich will da gar nicht reingehen ich weiß ja nicht was dann kommt okay wollen wir uns die Pille mal gucken ob die gut ist öh die Pille ach 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 ich will nicht reinlaufen aha Fragezeichen okay cool Bomben sind Schlüssel oh das ist ja mal nice ja ich hab nur eine Reihe Bombe schade ja komm her Stück Fleisch ja komm doch oh ne oh ne oh man ey ah die kleinen Würmer können auch schießen ey das ist mal wieder so ein Bullshit oh stirbt doch ein fast Stück Fleisch okay das ding ist immer mal kurz umbringen also tower nein 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 scheiße schon wieder habe ich mir ein leben abgezogen bitte ein herz den herz wow eine puppe dankeschön da freue ich mich aber ja also den goldraum übersehe ich jetzt einfach mal weil ich jetzt keinen bock aber dahin zu laufen wo ist es schub was ist online ich kann es mir was ist ihnen schnell das kann man sich ja gar nicht vorstellen ich stirbe einfach so weit bin ich noch nie gekommen und ich will jetzt nicht an solchen viechern sterben spielunker okay stem cell ja war geil so weit bin ich nie gekommen def one okay scheiße mir fällt gerade auf dass ich online es tut mir leid aber mir ist gerade aufgefallen dass ich nicht den ganzen bildschirm aufgenommen habe es mir echt spät aufgefallen und ich würde die aufnahme auch nicht deswegen löschen warte was denn das sind jetzt schon wieder für viele ach kacke das habe ich ja voll übersehen Boah, dein Ernst. Boah, so weit bin ich noch nie gekommen, ey. So. Jetzt gehen wir in den rechten Raum. Oh Gott. Man kann ihn nur von hinten töten. Ah, interessant. Nein, dann ist es überhaupt nicht interessant. Das ist einfach nur nervig. Wie soll ich hinten rankommen, wenn die mir... Oh Mann, ey. Oh, liegt da eine Bombe. Oh Mann, ey. Oh, nee. Ach, ich hab gar keine mehr. Spaß. Wie soll ich die denn jetzt umbringen? Oh, einer ist tot. Wow. Na, ich muss einfach nur schneller sein als die. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das sind nur Glückstreffer, ey. Ja, komm, ey. Stirb einfach, 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 stirb einfach. Und stirb einfach. Ja. Sturm. So, gehen wir in den nächsten Raum. Oh Gott. Na, das Ding darf mich nicht echt nicht entdecken, ey. Der Scheißhaufen kann zum Glück noch nicht schießen. Warm, Junge. Das ist Sand. Feuer ausmachen. Cool. Okay, aber was bringt denn das? Oh nein. Tausende von Fliegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wette, ich kratze an den Fliegen ab und das wäre so bitter, wie weiß ich nicht was, ey. Aber was wollen wir machen? Wieso habe ich wieder volles Leben? Ist ja richtig Korall. Voll Korall. Geil, Kakao. Oh ja, Kakao. Ich werde jetzt auch verkaufen, Kakao. Ich glaube, ich mache mir gleich einen. Äh, ja, das wird euch nicht interessieren, aber ich wollte es ja nur gesagt haben. Oh Gott, die können ja springen. Können die sich teleportieren, oder was? Ah, shit, ey. Einfach nur schießen, ey. Das sind Glückstreffer, wenn ich die mal treffen sollte. Ah, einfach nur immer laufen, immer laufen, immer laufen, schießen. Und immer laufen, immer schießen, immer laufen, immer schießen, und immer laufen, immer schießen, und immer laufen, immer schießen. Und immer laufen, immer schießen, und immer laufen, immer schießen. Und immer laufen, immer schießen. Okay, es reicht. Boom. Bitte ein Herz. Natürlich nicht. Was kann das? Scheiße. Ich glaube, das war das Bein von der Mutter. OMG. Nein. Ah, Mann, ey. Jetzt habe ich wieder ein Leben verloren wegen Mist. Oh, da brauche ich mehr. Oh, ich habe wieder Bomben bekommen. Choral. Boom. Boom. Bitte Herzen, bitte Herzen. Ach, ein Herz. Wieso lege ich eine Bombe? Ah, ich wollte doch Q drücken. Ich passt. Oh, danke schön. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Neh, eine Bombe. Oh, ich habe wieder so viel Leben verloren. Nur wegen den... ...bringst du mir Leben. Nein, Herzen für einen Dollar, das will ich nicht. Leben, Leben, Leben. Ah, super. Wow. Das bringt mir ja so einiges. Was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre so ein Raum, wo man mein Geld ausgeben könnte. Ach, sieht man hier auf der... What the... Ich weiß nicht, was kann das? Ich will kein Leben verlieren, also... Nein. Ich glaube, das ist mein Todesurteil. Ohne Mist jetzt. Schieß doch. Ja, komm, lass mich raus. Oh, nee. Oh, ich bin so weit gekommen, ich will jetzt nicht ersterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ah, ich bin gestorben. Nein, nein. oh man, 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 man. Ja, ich würde sagen, das war's ja für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal.